Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK, mitten in der Nacht. Wir haben... Ne, wollen wir erst die Vorrückgeschichte erzählen? Und zwar kommt demnächst... Das ist wahrscheinlich besser, ja. Und zwar kommt demnächst ein Patch und das Gebiet, wo wir unsere Base haben, wird komplett überarbeitet. Das heißt, wir müssen umziehen. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Wir haben für unsere nächste Base dann komplett in Metall zu bauen. Dafür brauchen wir viel Metall, komischerweise. Und um viel Metall farben zu können, brauchen wir natürlich gute Ankylos. Und was braucht man noch? Natürlich einen Quetzel, damit man den Ankylo unten dranhängen kann. Und den suchen wir jetzt. Wir haben schon mal vorgesucht. Genau, wir haben schon vorgesucht. Und der muss hier irgendwo sein. Irgendwo auf der Map. Auf der kleinen Map. Und wenn wir den finden, werden wir den einfach abschießen. Sag, Fisch wird, wenn du ihn schon irgendwo siehst. Ja, ich fange jetzt erst an zu suchen, weil ich gerade erzählen musste. Jo. Ja, hier irgendwo müsste sein. Mach mal die Flügel weg. Nee, du hast nur gewackelt. Eigentlich müsste der gut zu sehen sein. Relativ, ja. Problem ist, der kann halt rumfliegen. Lol, ich dachte, da wäre was, aber das ist nur das rote Auge von einem Obelisken. Weil das ja aufs Meer rausgeflogen ist. Da müssen wir ja fast mitzählen, wenn wir den abschießen. Kannst du in deinen Kalkulator auch eingeben, wie viel Damage die Waffe hat? Kann ich gleich mal gucken. Ach, ich kann ja mal die Option auf Ground Clutter Resolution Scale. Okay, was ist denn Sichtweite? Äh, ich glaube, das kannst du oben bei den Dropdowns einstellen. Äh, View Distance. Medium. Epec. Save. Ich weiß halt nicht, ob man Dinos dann auch soweit sieht, weil ich sehe gerade keine am Boden. Hier siehst du noch keine Dinos? Doch, ich sehe, doch den Bronte und so sehe ich. Da ist er. Da ist er, easy. Weil ich land schnell nochmal wegen Stamina zuerst. M-Hin bin ich schon auf der Hälfte unten. Da ist er. Level. Ach, oh. Okay. Ich wollte gerade kämpfen. Wo ist sie jetzt hin? Rechts. Hä? Ähnlich. Ich habe den noch gerade noch gesehen. Ich habe... Da, rechts. Rechts, rechts, rechts. Geradeaus. Ach, wettere ich. Geradeaus. Der ist da gerade verschwunden, weil der zu weit weg war. Da bei den mittleren von den Strahlen, da war der... Was? Nee, nee, links. Von den kleinen Strahlen. Hä? Nein. Umdrehen. Zu? Nein, rechts. Da siehst du doch drei, vier Strahlen. Ja. Und da bei den mittleren, da ist der... War der bei mir kurz und ist dann... War dann weg, weil der zu weit weg war. Kann halt jetzt schon wieder abgedreht sein. Ja. Da ist er. Ah. Hä? Warum ist er jetzt da? Toll. So, meine Lieben. Ein Quetzel wird abgeschossen. Und zwar... Äh... Weißt du, was wir eventuell machen? Ketten sollen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Was denn? Die Pflanzen abstellen. Ja. Na ja. Wenn der Dach jetzt reinfliegt, dass ich... Ich finde es lustig. Hey, hat der nicht getroffen? Doch, der hat sich doch eh... Also der D... Kurz geschrien. Also... Geschrien. So ganz klein. So ein Wimmern war das ja eher. Wie viel braucht er denn ungefähr? 80. Oh lol. Echt? Ja. Sechs. Er fliegt zu unserer Base. Aber in dem Sumpf runter geht das ja auch nicht ganz optimal. Noch. Hä? Ich hab doch voll getroffen. Ja, manchmal bewegen sie sich dann trotzdem nicht. Der war auch voll getroffen. Sieben. Muss, glaube ich, näher dran fliegen immer, weil... Das sonst nicht klappt. Acht. Ich seh' nicht. Äh... Da... 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 Rechts. Hinter dir. Hä? Hä? Der ist doch da. Geradeaus. Vor dir. War der grad. Der ist vor dir. Ah, da ist er. Wie bist du so weit gekommen? Hä? Der ist gar nicht weit weg. Ja, ich dachte, der war gerade noch unter uns. Nee. Neun. Er hat sich ja jetzt gerade auch gar nicht bewegt und nur dieses kleine Geräusch gemacht. Ja. Aber wenn einmal Stamina vom Agentar, was schaffen wir denn nicht? Äh... Soll man vom Sumpf wegfliegen? Na. Ich find's optimal, wenn er in unsere Base reinfliegt. Zwei. Und nicht da, wo die Pflanzen sind. Äh, lol. Wenn der Unconscious ist, dann greifen die Pflanzen nicht an. Nee, und der müsste hoch genug sein. Hä? War ich. Lol. 13. Wenn die Darts nicht reichen. Hast du Pferle noch mit? Nee, die hab ich wegen Gewicht. Ja. Das war wieder ich. Ähm. Der hat einen Flügel ist die ganze Zeit. Warte, Kopf. Ha! Headshot! Darf ich jetzt zwei zählen? Nee. Weil gerade war 14, ne? Dann ist das 15. 16. Und irgendwie schneller als wir. 18. Ich fühle mich gerade irgendwie wie bei dem, äh, Blitze ausweichen. 19. Und Final Fantasy. Was ist das schon wieder? Ich fühle mich wirklich genau über unsere Map sind. Was hab ich? Ach so, ich dachte, das wärst du gewesen. 20. 20. Das ist... Das ist... Das ist war zu nah. 21. Zu nah. Ja. Ist das zu einfach? Nein, das war halt... Ich hab daneben geschossen. Du warst in seinem Kopf. Wie kannst du daneben schießen? Das war ich. Ah. Ich trau mich grad, da sind überall Flügel. 22. Hier wär halt echt nice, wenn wir hier landet. 23. 24. Oh, nee. Kack, Ding. 25. Am besten auf dem Vulkan. Das wird ganz optimal. 26. 27. 27. Was warst du, Na? Ich landfix. Oh. Nee. Also ich hab grad nichts gekriegt. Okay. Insekten. Fuck. Hä? Warum krieg ich 40 Erfahrung? Insekten. 40, sonst krieg ich kein Stamina. Warte. Ich muss meine Pika anlegen. Wo bist du denn jetzt? Greif dich an. Das Insekten. Das letzte, was da ist grad. Das ist nicht angegriffen jetzt. Ich hab gar nichts angegriffen bis dahin. Hier sind die ganzen Kompis, ey. Das ist ein Raptor. Ich verliere jetzt noch Stamina. Der Stego greift an. Ach nee, der kämpft gegen den Raptor. Wie grad gesagt, ja. Danach verliere ich jetzt Stamina. Wengen. Macht nichts. Ich schon. Der fliegt da oben. Easy peasy. Bist du ihn? Ja, ja. Der ist direkt über uns. Ich seh ihn, ja. Hey, wie langsam ist der bitte? Wenn er nicht schnell, also, schnell fliegen macht. So, jetzt geht's nach mir noch hoch. Soll ich denn Peterrandodon gucken, dass wir den nebenher zählen? Nee. So, da ist er. Zum Berg. Easy. 28. 28. 29. 30. 31. 32. 32. 32. 33 34 34 Oh Mann ey 35 Ach ne das war doch der Ich weiß nicht 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 Alter Schwede 40 40 40 Ungefähr die Hälfte 41 Ich weiß halt nicht wieviel Torpol mal runter geht während wir landen und solche Ja ist so Ja Ja wir haben fast 130 Pfeile müssten trotzdem reichen 42 Ich hab noch 110 Ja 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 43 So da Ich weiß nicht Er fliegt auf jeden Fall schnell weg Zählt nicht Zählt nicht Zählt nicht Wah Kann noch Dehn zum 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 Everything ist es voilà LOL LOL? Äh... Ist du irgendwas Fleischfresser-mäßiges?